Hey, wo wollen Sie denn hin? Was ist los? Leute wie Sie gehören nicht hierher. Ähm, hören Sie mal zu. Äh, meine Freundin wartet auf mich. Wir haben uns seit sechs Monaten nicht gesehen und ich mache hier gleich einen Antrag also. Sind Sie etwas schwerhörig? Julie! Überraschung. Hey, mein Schatz. Was zur Hölle? Hey, hören Sie, hören Sie. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand hier freut, Sie zu sehen. Also gehen Sie. Hey, du da. Wie wär's mit... 200 Dollar. Klar. Cool. Die mit deiner Klamotten. Mach schon. Liebes, du siehst toll aus. Wirklich. Ich bin ganz einfach stolz auf dich. Fantastisch, Schatz. Ganz fantastisch. Entschuldigung. Sind Sie bereit zu bestellen? Oh, wir haben schon, vielen Dank. Wir sollten das öfter tun, ja? Wir sind doch ein echtes Dreamteam, findest du nicht? Verzeihung, Sir. Es gibt ein Problem in der Küche. Wollen Sie, dass ich das regle? Nicht nötig. Du wolltest gerade was sagen. Sprich weiter. Ja. Tut mir leid, Schatz. Entschuldige. Okay. Das ist dein Tag. Ich habe ein Geschenk für dich. Bereit? Sicher? Ja. Ist es das, was ich denke? Es sind Schlüssel zu einem Haus, ja. Deinem Haus. Danke, danke, danke. Freust du dich? Ich liebe dich so sehr. Okay, Schatz. Ich liebe dich auch sehr. Du verdienst es. Okay, beruhige dich. Mal sehen, was du dazu sagst. Prost auf dich, mein Schatz. Entschuldigen Sie die Verzögerung. Eine kleine Aufmerksamkeit als Entschädigung. Endlich. Vielen Dank. Sehr gerne. Das ist dein Lieblingskuchen. Lass es dir schmecken. Mh. Was ist los mit dir? Alles okay? Wir brauchen Hilfe. Ruf den Notarzt. Wir brauchen Hilfe, bitte. Tun Sie doch was. Mike. Was tust du denn hier? Wie lange läuft da schon was mit ihm? Wovon redest du denn? Tu doch nicht so unschuldig. Du ersetzt mich mit diesem Geldsack. Welcher Geldsack, du Idiot. Das ist mein Vater. Vater? Ich wollte dich ihm vorstellen. Geh weg. Alles okay? Danke für den Kuchen. Als ich sie gesehen habe, dachte ich, sie wären ihr Sugar Daddy. Und dann wollte ich mich irgendwie rächen. Ein verdammt guter Plan, das sage ich Ihnen. Sorry. Und eigentlich wollte ich sie um die Hand ihrer Tochter bitten. Also ein Schwiegersohn, der sein Land und seine Ehre verteidigt. Genau das habe ich mir gewünscht für meine Tochter. Okay, das reicht, das reicht. Ich hatte bloß eine Frage. Wieso siehst du aus wie ein Kellner? Hä? Äh, der Türsteller hat mich rausgeworfen, wegen meiner Uniform. Oh, verstehe. Mason! Wieso durfte der Mann vom Militär nicht rein? Äh, weil das... Mein Luxus-Restaurant ist... Ja, hm? Offen und willkommen gegenüber allen Gästen, unabhängig von deren Status. Ach, Mason, Mason. Diskriminierung gehört hier nicht hin. Verschwinde. Du bist gefeuert. Geh. Was? Das ist mein Laden. Mason. Mason. ④ Was? Du bist gefeuert. remo Untertitelung des ZDF, 2020